Der Novent werden wir von der Landtürencenter auch mal dabei sein, bei der grössere Christmasparade von den Jungbauern. Hier haben wir die sieben Landtüren zusammengeführt, als ich Pfrin führte, sein Teil vom Land bei Daltasema, bei Kliniken oder wie wir auch nach Bettkannen dürfen. Die ganze Idee ist ein bisschen entstanden, wie sich aus Deutschland und viele Arbeitskollegen von uns haben schon gemäht. Wir als junge Bauern könnten das auch noch machen. Wir als Traktorin dekorieren, das ist die Dekoration, das wir eben vom Beem schon aufgeholt haben und auf den Traktor gelöst haben und so wollen wir in Deutschland. Treffen werden wir uns den Novent zu Kolmar an Landtüren zusammen und dann machen wir eine grössere Figur für die Türen und dann führten alle Landtüren an seinen Bereich auf den Türen. Wir werden zu mir starten, an der Weide über Bissen, Füchten, Märzisch, Grosse Bus, Brezendal, Reiden, Elf fahren. Für die Leute an den Alterssthemen, an den Kliniken, an den Kanadier, für eine besondere Schmerzen zu sehen, sind wir froh, dass wir von unseren Lützebauer Sponsoren, der Molkerei, die Purgadier-Kruten, die wir natürlich als Jungbauern selber produziert haben und wir ihnen den können als kleinen Geschehen überrechen. Vielen Dank zu Ihnen für die schwere Zeit, in der Sie alle auch geschafft haben. Des Weiteren hoffen wir, dass wir viele Kanäle auf der Strasse begreißen und ihnen dann eben doch ein kleines Lachen und sich zaubern für unser und da ist es gesehen, weil da ist eine Tür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020